Seeburger bietet Dienstleistungen und Produkte zur Business Integration an. Wir suchen in unserem Entwicklungsbereich aufgrund unseres nachhaltigen Wachstums Softwareentwickler, Java-Entwickler für die Standorte Bretten und Trier. Ein neuer Kollege sollte auf jeden Fall technikbegeistert sein, sollte gut programmieren können und auch ganz wichtig Humor haben. Also mir macht am Beruf am meisten Spaß, dass ich hier sehr viel Software entwickeln kann. Seeburger wächst ständig. Ich habe davon gehört, dass in Karlsruhe auch ein Standort geöffnet wird. Ich glaube, es gibt einige, die hier jetzt in Bretten arbeiten, die sich darüber besonders freuen, dass sie nicht mehr so weit pendeln müssen. Teamarbeit ist total wichtig. Man kann schon alleine Software machen, aber in der Größe, in der wir die Software machen, schafft man das nicht alleine. Deswegen muss man sich halt immer besprechen, wer macht welche Aufgabe. Wenn du Lust hast auf eine spannende Aufgabe, auf eine attraktive Vergütung, auf angenehme Arbeitsatmosphäre, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.